Der Berg Tabor ist ein Berg am Ostrand der Jesre-Lehmne in Galiläa. Er war einst eine berühmte vorchristliche Kultstätte der Antike und soll nach christlicher Überlieferung der Ort der Verklärung Jesu Christi gewesen sein. Sein isolierter Standort und seine Höhe von 588 Metern sind sehr markant. Der Gipfel liegt mehrere hundert Metern über der umgebenden Landschaft und ist auch heute noch ein Ziel von griechisch-orthodoxen Pilgern und von Touristen. Geologie Der Berg ist ein Inselberg, ein isolierter Hügel bzw. kleiner Berg, der in der sanft abfallenden Ebene des umliegenden Landes steht. Er ist nicht vulkanischen Ursprungs. Trotz seiner Nähe zu dem Bergen Nazareth stellt er eine separate geologische Form dar. Geschichte Im zweiten Jahrtausend vor Christus verehrten die Kanaaner am Berg Tabor den Gott Baal. Im Alten Testament wird der Berg ebenfalls als Kultstätte erwähnt. Im Jahr 55 v. Chr. wird ein von Alexander, dem Sohn des Hasmoneers Aristobulus II, geführtes Heer von 30.000 Aufständischen gegen die römische Herrschaft in vorderen Orient am Berg Tabor von Aulus Gabinius, dem römischen Stadthalter der Provinz Syria, vernichtend geschlagen, zur Zeit der Kreuzzüge ab ca. 1100 bestand auf dem Berg ein Kloster des Ordens der Benediktiner. Aus dem sie nach der Schlacht bei Hattin 1187 von den muslimischen Ayyubiden vertrieben wurden. Zwischen 1211 und 1213 ließ der Ayyubiden Sultan Aul Adeli, um das strategisch günstig gelegene Klostergebäude eine Gipfelburg errichten. Mit einer massiven Umfassungsmauer von 1750 Metern Länge und zehn Türmen. Im Dezember 1217 wurde diese Burg auf dem Berg Tabor erfolglos vom Heer des 5. Kreuzzugs unter König Andreas II. von Ungarn belagert. Da sie durch ständige Angriffe des Templerordens auf das Umland der Burg vom Nachschub abgeschnitten waren, zerstörten die Muslime die Anlage 1218 und zogen sich zurück. Spätestens 1241 gelangte die Gegend wieder in den Herrschaftsbereich der Kreuzfahrer und es siedelten sich wieder christliche Mönche auf dem Berg. Tabor an 1255 überreignete Papst Alexander IV. die Anlage im Namen der dortigen Mönche an den Hospitaliterorden. Üblicherweise hätten die Ordensritter die muslimische Burganlage wieder befestigt. Aber anscheinend besetzten sie lediglich das bestehende Klostergebäude in der Südostecke der Burganlage und verließen sich auf ihre geschützte Position auf dem Bergkipfel. Umgeben von steilen Hängen wurde die Anlage vom Mamluken-Sultan Baibasi erobert. Ein nahendes osmanisches Entsatzherr unter Djeza Amit Pasha wurde während der Belagerung von Akon am 16. April in der Schlacht am Berg Tabor von den zahlenmäßig deutlich unterlegenen Franzosen bei Napoleons Ägypten Feldzug in die Flucht geschlagen. Ab 1631 hießen sich die Franziskaner auf dem Berg nieder. Ihre in der Zeit von 1921 bis 1924 gebaute Kirche ist bis heute der markante Punkt auf der östlichen Seite des Bergplateaus. Der Nordteil wird von einer Iliaskirche und einem griechisch-orthodoxen Kloster eingenommen. Außerdem finden sich Reste der antiken und mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Mythologie In der biblischen Überlieferung ist der Berg Tabor der Weltenberg. Hebräisch Tabor bedeutet Nabel. Christen bringen die Verklärung des Herrn mit ihm in Verbindung. Jesus erschien dabei auf dem Verklärungsberg seinen Jüngern in göttlicher Gestalt. Punkt. Das Licht, das sie dabei sahen, wird Tabor-Licht genannt. Es spielte eine große Rolle bei den Debatten um den Hersi-Chesmes im 14. Jahrhundert. Nach dem Berg wurden zahlreiche Wehranlagen des Mittelalters Tabor genannt, oft Standorte von Wehrkirchen. Nach diesem Berg wurde 1217 die Stadt Montabaur in Rheinland-Pfalz und 1421 zur Zeit der Hossitenkriege in Böhmen die Stadt Tabor als Ansiedlung. Der Verklärten, benannt, einen Montabaur gibt es in den französischen Alpen.